Okay, kurze Pause. So, da geht's auch schon weiter. Das war jetzt blöd. Komm. Ich will erst noch das hier. Und dann hätte ich natürlich gerne eins zu mitnehmen. Und hopp. Man weiß ja nie. Was ist das? Ach, hier geht's jetzt weiter. Verdammt, ich hätte nur auf die andere Seite müssen. Okay, ich glaube mit dem Manneken wird das nichts mehr. Und wir werden schon wieder... Achso, wir müssen jetzt jeweils alle drei Motoren anwerfen. Ich verstehe, okay. Enten sehe ich einen Schlüssel, okay. Merken wir uns. Gut, dass die Level linear sind. Relativ. Verdammt. Ich habe schon wieder irgendwas verpasst. Irgendwas verpasse ich immer. Da brauchen wir den Schlüssel. Das geht aber erst nochmal. Nee, okay. Und aufwärts. Kapusch. Links oder rechts, links oder rechts. Wir helfen uns ja erst auf der anderen Seite müssen. Das machen wir gleich nochmal. Mal. Juhu. Juhu. Und... Oh, stimmt. Denn wir haben... Hier... Oder doch, ist auf die andere Seite. Nee, hier ist der Schlüssel. Da kommen wir noch nicht durch. Okay. Mal gucken, ob wir da... Ja, wir kommen rüber. Zwischending. Das war die Nummer 3. Ach, verdammt. Mal. Komm her. So. Dann... nochmal... Dich noch. Und... Hopp. Gut, da wäre das jetzt wieder geschickter gewesen, zuerst zu holen. Gott sei Dank wollen wir nicht die Maximalanzahl an... Ähm... Ähm... An... Münzen... Äh, an Kristallen in jedem Level haben. Sonst wäre das blöd. So. Einmal hier durch. Und wo wir da hinkommen. Weiter. Ich komme jetzt, glaube ich, wieder raus. Und eventuell dahin, wo vorhin... Der andere Schlüssel war. Oder auch nicht. Gut. Ah. Ich... Weiß Bescheid. Na gut. So. Den... Den hier noch. Und Schwerchen. Den jetzt... Nein! Warum? Weshalb? Stopp. Zwei Mal. Und... Drei Mal. Ach, komm schon. Ah, Nerv. Boah, Glück gehabt. So. Das Ganze nochmal. Was ist das für eine Kacke, Mann. Scheiße. Einmal. Zweimal. Das müsste doch zu machen sein, ey. Nee! So. Ich kriege das irgendwann noch hinten? Oh, danke. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Ähm. Ist aber auch ein bisschen Backtracking in dem Teil. Oder zumindest in dem Level. Und immer noch 15 Leben. Ich freue mich. Ich komme aber auch nicht wieder zurück mit der Kanone. Na gut, Backtracking ist es hier nicht. Vergesst das mit dem Backtracking. Hehepa! So, erstmal brauchen wir... ...das gute Vieh. Dann werfen wir das Dart auf. Dann einmal oben hier. Und dann quasi... ...noch mal oben hin. Ach, komm. Das ist voll mies, ey. Voll mies. So. Danke. So, jetzt heißt es bloß noch den oberen Treffen. Und wenn ich mich kenne, werfe ich jetzt aber erst wieder neben. Ach, das war so klar. Das war so klar. So. Und hopp. So. Jetzt... ...einfach nur Treffen. Nur Treffen. Mehr muss ich gar nicht. Boah. Ich könnte kotzen schon wieder, ey. Wenn ich einfach zu blöd bin, Mann. Aber ich muss gerade aushörfen bei dem Ding. Danke. Danke. Oh. Nee, schlecht. Du musst erstmal da hin. So. Zweiter Motor läuft. Jetzt dort noch einmal nach oben. Denn da oben war auch noch irgendwas. Das kann ich natürlich nicht außer Acht lassen. Wow. So. Okay, da hieß bloß Diamanten. Verhilft uns aber auch, wenn wir genug sammeln zu einem Leben. Also ist das kein Verlust. Ne? So. Eppa! Okay, auf zum Motor Nummer 3. Oh Gott. Ne. Okay, das ist schlecht. Explodiert hier? Oder muss ich hier... Ah. Okay. Gerade so. So. Welcher Motor dreht sich noch nicht? Ich gebe einfach dir bitte hier. Jetzt ist die Frage, wo lang? Hier lang vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal... Oh Gott. Verdammt, das war schlecht. Juuuuhu. Nein! Und... Röscht! Und jetzt hier... I bin ja... Vielen Dank.